Wir treffen in Gummersbach und fragen uns damit jetzt. In der Mitte. Der mit dem Langen und der mit den Locken. Hier, er muss auch noch. Komm her, Lager. So, hast du angekissen? Ja. Ja, Gummersbach ist das Geilste. Die haben wir alles. Wir haben den mit dem Langen, dann hier ein bisschen locker. Dann haben wir hier einen ganz langen. Tschakichang haben wir auch. Dann haben wir einen, der ein bisschen älter ist. Und viele sind ja schon weg. Ja, manche mussten zurück ins Heim. Manche sind in die Disco. Wollen ein paar Minus aufreißen. Aber es war jedenfalls super. Ich bedanke mich bei all den, die hier waren. Waren gute Jungs, die waren cool. Und wir sehen uns dann in Dortmund. Bis dann. Tschüssi. Jungs, es war schön, dass ihr da wart! Jungs, es war schön, dass ihr da wart.